In der neuen Serie, die ich jetzt starten werde, geht es darum, gegen mich zu spielen und ordentlich Coins abzusahnen, 100k und Jackpot wird natürlich immer weiter steigen, d.h. 200, 300, 400k, aber mehr dazu wird es jetzt gleich geben nach dem Intro. Hallo Leute, jetzt kommt es zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar werde ich jetzt eine neue Serie starten und zwar geht es in der Serie darum, mich in FIFA Ultimate Team zu schlagen. Was ich vorweg sagen kann, ich bin nicht der Beste da drin, also von daher sollte es nicht unbedingt allzu schwierig sein, aber es gibt natürlich halt auch immer einen schönen Gewinn, wenn ich jetzt hier nochmal rausgelegt habe. Ich habe 1,65 Millionen Coins, ich habe auch noch, wenn wir hier auf Transferliste gehen, z.B. noch einen Diego Costa drin, wo ich hoffe, dass er noch verkauft wird, ansonsten noch andere Infos, die was wert sind, d.h. ich habe genug Coins. Und zwar geht es darum, 100k zu gewinnen, wenn ich gegen mich spiele, d.h. der Erste, der gegen mich spiele, hatte ich noch 100k zu gewinnen, wenn ich gewinnen sollte, steigt der Pod auf 200k, gewinne ich gegen den nächsten auf 300k, dann auf 400k und immer so weiter. Derjenige, der hat gewinnt, kriegt halt immer die Punkte, bzw. die Coins. Das Ganze, was du dafür machen musst, ist mich auf Origin zu enden, ich müsste da Blickfort schon 2 reißen, das will ich hier auch nochmal ein, d.h. Wenn ich da hinzufügt, bei Origins, dann werde ich online gehen, ich werde es vielleicht im Vorfeld auf Twitter oder so mal ankündigen, d.h. wenn da einfach mal vorbeiguckt, sage ich so, in 10 Minuten nehme ich das auf, dann lade ich halt einfach alle ein, die ich in der Freundesliste habe, und gegen die spiele ich dann, und dann habt ihr halt die Chance, 100k bzw. die wievielte Folge das ist, das zu gewinnen. Und es ist halt im Prinzip, ich weiß nicht, das kommt mal zuerst, das heißt, ich lade einfach alle ein, wer als erstes drin ist, der hat halt quasi Glück und hat die Chance, 100k zu gewinnen. Das Ganze ist aber nur für den Computer, also auf dem PC, weil ich das Ganze auch nur auf dem PC-Zock, weil ich es ja ansonsten auch nicht anders aufnehmen könnte. Ich finde ja 5, was, äh, finde ich, gar nicht so schlecht ist, aber meine Mannschaft ist halt einfach nicht so gut, wie man hier vielleicht nochmal sieht. Ich hatte, halt wen hatte ich vorher noch drin, Pogba-Inform hatte ich, dann hatte ich noch, äh, Lichtsteiner-Inform, also das ist jetzt ein bisschen was gänne, ich hatte auch zwischendurch Gelini-Inform. Ähm, ich hatte auch Matthäus-Inform, aber die habe ich alle wieder verkauft, ähm, weil ich mir halt jetzt ein neues Team machen werde. Und es ist halt die Frage, wie schnell ich das Video jetzt hier raushaue und, äh, wie schnell ich mich edit, weil wenn ich nur einen oder so habe, dann lohnt sich die ganze Serie nicht. Also, alle, die Bock haben, sich Coins dazu verdienen zu wollen, müssen einfach nur einschwiegeln mich spielen. Ihr habt die Chance auf 100, 200, 300, 400k, je nachdem, wievielte Runde das ist. Und, äh, das Ganze wird auch nicht gesponsert, also das heißt, ich muss das mit mir aus eigener Tasche bezahlen. Aber, wie gesagt, ich habe genug Coins und das sollte nicht das Problem sein. Und, äh, es sollte auch nicht das Problem sein, mich zu gewinnen. Also, ich sage, Leute, macht's gut, haut rein, ciao, wenn ihr Bock habt, erlebt mich, Black Fortune 2 auf Origin. Macht's gut, ciao.